Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Thorsten, das ist mein Kanal Thorsten seine Welt. Heute werden wir mal wieder einen kleinen Rundgang machen. Durch meine Aquaristikanlage hier im Keller und rum hat sich allerlei getan. Mittlerweile die zwei Monate, wo ich das letzte Mal den Rundgang gemacht habe. Also viel Spaß, bleibt dran. So sieht die Anlage allgemein aus. Da zeigt man Verblendungen zugebaut. Ich glaube in der Zeit sind drei neue Becken zugekommen. Ich fange am besten mal an. Hier haben wir das erste Becken mit Zubatris Zellrett drin. Da habe ich jetzt keinen Zuhäizer hier drin. Also die halte ich auf Raumtemperatur. Und filtern tue ich sie. Hamburger Filter. Also eine Filtermatte hinten. Darüber habe ich auch schon mal einen Film gemacht. Filtern. Hier haben wir die kleinen Farbe. Schöne Farbe, schön weiß, so wie es sein sollte, sodass es einigermaßen zu sehen ist. Okay. Jetzt gehen wir zu dem PBL Becken, Pearl White Kanier. Das sind hier meine selektierten, die nicht so farbecht sind. Also das Becken habe ich neu. Und da habe ich jetzt weil wir kurz vor dem Winter stehen. Eine Heizstab drin. Weil hier habe ich die Raumtemperatur im Kellerraum runtergehen bis auf 15 Grad. Und das ist dann immer so ein bisschen mein Notfall. Ich will das nicht ausprobieren. Hier haben wir die Papp Panda. Hier haben wir die Papp Panda. Man sieht das so ein bisschen an. Panda-Garnelen. Leitwert 300. Mikro Siemens. Hier filtert auch. Über einen Hamburger Mattenfilter. Und auch erst, dass er das so ein bisschen aussieht. Jetzt kommt das hier mein Gubi. Nachzuchtbecken. Also hier werden sie nicht immer erhalten. Wer ist etwas so klein für Gubis, also nicht nachmachen. Hier sind nur die Baby-Gubis hier drin, die ich dann selektiere. Hesche für oben mache. Abgabe-Tiere rausfähren. Und halt immer so schön probieren, auch Menschen mit einer schönen, große, farbenen Schwanzflosse zu zischen. Und zu selektieren. Das Becken ist so ein bisschen grünlich. Das soll auch so sein. Solange ich die Regentonne noch draußen habe, nehme ich mal etwas aus der Regentonne. Und es ist jetzt so richtig schön grünlich und blüht schön. Und es sind viele Wasserflöhe und dann noch Mückenlarven drin. Und dementsprechend wachsen die auch prächtig. Hier Luftheebefilter. Bladimeri-Ganelen drin. Die waren vorher oben im Becken gewesen. Das habe ich auch mischt heute. Darüber kommt aber noch ein extra Video. Das werde ich euch heute nicht zeigen, das Becken. Da ist eine ganz spezielle Garnelenart eingezogen. Aber darüber kommt auch noch ein Video. Ich hoffe, dass sie vom Farbschlag, dass sie sich jetzt wieder mal anfangen zu vermehren. Denn ich hatte auch schon mal solche Sprüche beim letzten Video oder davor erzählt, dass ich hier so ein bisschen die Vermehrung sich auf einmal eingestellt hat. Aber jetzt habe ich mal das Bienensalz gewechselt. Und da wollen wir mal gucken, ob sich was verändert. Jetzt und hier habe ich die Blue Green drin. Die ich oben auch im Becken habe. Davon habe ich den zweiten Stamm drin. Auch Amboa-Mattenfilter. Jetzt kommen wir zum nächsten Becken. Hier ist ein Becken in Vorbereitung. Das heißt, das läuft auch ein. Also es läuft nicht ein, dass es kleiner wird. In der Garnelensprache oder sagen wir mal so ein Aquaristik-Sprachenmuskel einlaufen. Hier habe ich dann noch so ein Schaumfilter, Infilter von Aquaele genommen. Jetzt gehen wir mal die ganze Etage herunter. Hier sind die ausselektierten Garnelen komplett drin. Und die Guppies-Weibchen, mit denen ich züchte und ein Mensch. Jetzt kommen wir wieder so ein Becken. So ein Ableichbecken oder Abwurfbecken für meine Nachzuchten. Einerseits eigentlich, weil ich so Garnelen habe. Aber das scheint mir zu klein. Und hier kommen wirklich dann die Guppies rein, Guppies-Weibchen, wenn die dementsprechend kurz vorm Hof sind. Also man sieht das ja schon anhand von der Bauchgröße. Und dann kann man rechnen, dass die kurz vor der Geburt sind. Und hier haben wir hier noch die Guppies-Weibchen. Jetzt sehe ich jetzt Jaki Männchen, da hängt auch oben ein Koi-Weibchen. Auch relativ groß, dick, der Bauch wollte ich aber drinnen lassen erstmal hier noch. Das Becken sieht auch so ein bisschen grünlich aus. Bei Naut selber wieder oben, Regenwasser. Denn ich hatte die ja in meinem Mini-Teilchen den ganzen Sommer und war wirklich begeistert gewesen von der Größe. Und dass sie auch wirklich von der Farbe her durch die UV-Strahlung sich puddelwohl gefühlt haben. Und sich da auch vermehrt haben. Ohne großartig jetzt zuzufüttern. Das Perl-White-Garnelenbecken. Das ist eine Bienengarnele aufgesalten aus Moosewasser. Bei 300 µSiemens. Erfiltert wird hier mit so einem Garnelen-Eckfilter. So ein bisschen schief da steht oder liegt. Mit so früh mit dem Stamm, der hier drin ist, sind schöne weiße Tiere. Da zeige ich euch ja unten im Keller die ausselektierten. Und da habe ich eine ganz reihenweiße. Damit man mal sehen kann. Und manche die halt nicht so super weiß sind. Hier ist der Blue Dream Becken. Mit diversen Postzorn-Schnecken. Blaue, rote drin. Dann ist hier noch ein Blue Dream. Da haben wir hier noch den kleinen Krebs drin. Das sollte so ein Blue Dream drin. Nicht Blue Dream. Ach, wie heißt denn? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Muss ich mal nachkicken. Jetzt habe ich den Namen Blauer Florida Cremes. Die anderen im Becken zeige ich euch mal. Aber da war ich auch schon mal im Video immer. Müsst ihr mal einfach bei mir in der Playlist gucken. Hier sind die Yellow Fire Garnelen drin. Schöne Tiere. Schön gelb. Wird auch natürlich regelmäßig selektiert. Dass ich auch die gelbe Färbung beibehalte. Meine Becken werden immer so kunterbunt eingerichtet. Also da kommen Pflanzen drin, die schnell wachsen. Die fliegeleicht sind. Weil ich mir hier Pflanzen nicht so viel im Kopf mache. Bei mir geht es mir um die Garnelen. Bei dem Becken ist das Becken. Meter Becken. Hier halte ich diverse Arten an Panzerwälze drin. Das war jetzt immer noch beim Probieren beim Nachzüchten. Dass man das hier im Becken schafft. Aber bis jetzt hat das noch nicht geklappt. Auch mit Absenken des Wassertemperatur sollte man machen. Frischwasser machen, Temperatur runterfahren und wieder hochfahren. Da werden sie dann angeregt zum Eier abwerfen. Aber ich werde doch die Eier dann diesmal lieber absammeln. die sie überall ran kleben. Und dann eine extra Schale bringen. Hier habe ich natürlich tierisch viele Nachwuchs von Pupupuntbarsch. Hier ist mein eh wie kleiner Kugelfisch drin. Viele sagen, was man so belies. Na ja, das ist ein Gesellschaftstier. Ich hatte davon zwei. Und die haben sich so lange bekämpft. Und immer im Versteck beigewesen. Am Verstecken. Das Endresultate-Glo. Das war so nach dem Motto der Stärke gewinnt. Und das hat man auch gehört schon beim Artenbecken. Und seitdem der alleine hier vor sich hinschwimmt. Funktioniert das. Und hier ist auch der blaue Floridakrebs irgendwo versteckt. Dann habe ich hier die Nähungen drin. Dann habe ich hier noch so schöne Yellowfire Garnelen drin. Man sieht hier gerade eine beim Abfall. Und immer noch die Ermahnung Garnelen. Die sich witzigerweise vereinzelt hier die Eier überlegen. Beziehungsweise die Larven überleben mit Wasser. Da keine hunderte. Aber so drei oder vier kommen dann immer wieder durch. Hat mich halt eigentlich wundert. So. Kommt jetzt aber erst alle zu Oktober, November. Hier geht es los. Bei Gartenzeit lässt es ein bisschen nach. Hat man wieder ein bisschen mehr Zeit. Und mein Motto bleibt gesund da draußen. Schaltet meinen Kanal ein. Ich hoffe, dass es euch Spaß macht. Lasst einen Daumen da. Und ein Abo natürlich da. Und einen schönen Kommentar vielleicht macht. Würde ich mich freuen. Dann bis bald. Ciao. Thorsten. Seine Will. Und dann bis bald. Vielen Dank.